Ihr habt keine Lust mehr auf solche Spielerbilder für eure New Genes, wollt also lieber, dass sie so aussehen, dann ist dieses Video hier genau richtig für euch. Habt ihr den FM24 bisher noch nicht gekauft, dann schaut doch gerne mal bei meinem Partner in Neva vorbei. Dort bekommt ihr das Spiel aktuell sogar für 32,51 Euro. Ansonsten findet ihr aber auch noch weitere PC-Spiele sowie auch Xbox- oder PSN-Karten. Der Link ist in der Videobeschreibung. Natürlich müsst ihr dafür auch noch ein paar Sachen herunterladen. Ihr braucht einmal den New Gen Manager, den ihr hier findet. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, hier die 1.4-Version zu installieren. Die werde ich euch in die Videobeschreibung packen und dann natürlich entweder Mac- oder Windows-Version. Dann gibt es noch das Face-Pack, was ihr auf jeden Fall auf FM2er-Kette nutzen solltet, denn dort sehen sie einfach absolut fantastisch aus. Auf jeden Fall da vielen Dank an die Arbeit von der FM2er-Kette Community. Ansonsten könnt ihr euch auch noch zusätzlich das ganz normale Face-Pack herunterladen, denn dann habt ihr noch mal ein paar Spielerbilder mehr. Denn irgendwann kann es natürlich sein, dass die Spielerbilder alle genutzt wurden und dann ihr entweder die Plastikköpfe noch mal habt oder diese Bilder noch mal als Duplikat verwenden müsst. Den New Gen Manager könnt ihr irgendwo auf eurem PC installieren, das ist quasi komplett egal. Wichtig ist, dass ihr die Spielerbilder in eurem Graphics-Ordner im FM-User-Ordner abspeichert. Also falls ihr den Graphics-Ordner dort noch nicht habt, könnt ihr den einfach erstellen und dort dann die Datei mit den Spielerbildern abspeichern. Den User-Ordner findet ihr in der Regel unter diesem Pfad hier, falls ihr den Event sonst nicht findet. Jetzt gibt es noch eine weitere Datei, die ihr auf der Seite des New Gen Managers herunterladen müsst und zwar ist das die markierte hier. Habt ihr das Ganze gemacht, findet ihr dann in eurem Download-Ordner eine WinRAR-Datei. So ist das auch bei allen anderen Sachen, die ihr jetzt hier heute heruntergeladen habt. Die müsst ihr dann mit Rechtsklick einmal entpacken. Habt ihr WinRAR auf eurem PC noch nicht, müsst ihr das auf jeden Fall installieren, denn das braucht ihr, um die Dateien zu entpacken. Und habt ihr das Ganze entpackt, findet ihr dann einen Ordner und zwar ist das dieser hier. Da gehen wir einmal drauf und dort brauchen wir zwei weitere Ordner, zweimal dieser hier und dieser hier. Diese beiden Ordner, die können wir dann, wenn wir die Ordner bei uns im FM-User-Ordner noch nicht drin haben, einfach holen und rüberziehen. Haben wir die Ordner bereits bei uns im FM-User-Ordner drin, wie hier fehlt das. Dann klicken wir da noch einmal drauf, gehen dann hier auch auf der Download-Datei einmal in den Ordner rein und ziehen einfach die Datei, die dort drin ist, hier rüber und speichern sie ab. Als nächstes geht ihr an euren Spielstand und erstellt dort einen neuen Trainer. Das könnt ihr machen, indem ihr hier auf FM klickt und dann auf neuen Trainer hinzufügen. Das Ganze müsst ihr auch später nicht abspeichern, hier ist auch komplett egal, was für ein Trainer es ist. Wichtig ist, dass dieser Trainer arbeitslos ist, denn ein arbeitsloser Trainer kann auf alle Spieler, die in diesem Save gespeichert sind, eben einen Blick drauf werfen, was für uns ganz wichtig ist, damit wir alle Spieler-IDs bekommen. Wir gehen also jetzt auf die Auswahlliste und auf neue Suche, klicken dann auf das Zahnrädchen hier unten, Filter verwalten, dann auf importieren und suchen dann hier den Is New Gen Search Filter raus. Es kann sein, dass ihr hier vielleicht jetzt in einem anderen Ordner drin seid, dann müsst ihr das Ganze einmal suchen. Normalerweise seid ihr automatisch in dem Filtersordner drin und dann klicken wir auf Laden, als nächstes auf OK. Jetzt müssen wir nochmal hier einmal drauf gehen und dann findet ihr den hier unten, da klicken wir noch einmal drauf. Speichern müssen wir es jetzt hier nicht nochmal und dann erscheint dieser Filter und dieser Filter sorgt dafür, dass jetzt nur noch die New Gens angezeigt werden und wichtig ist nämlich, dass hier dann auch steht, ist nicht. Ihr findet das aber auch heraus, indem ihr einfach hier drauf geht und dann sehen wir zum Beispiel auch direkt einen Spieler von uns, der ein New Gen ist und dann wisst ihr, hier werden jetzt nur New Gens angezeigt, in denen wir neue Spielerbilder zuordnen. Im nächsten Schritt müssen wir noch den Anzeigefilter der Spieler bearbeiten, hier müssen andere Daten stehen, dafür klicken wir auf Übersicht, individuell und dann auf Ansicht importieren und das sind dann auch die Ansichten, die wir heruntergeladen haben und den finden wir dann unter unserem Views Ordner. Den habe ich jetzt zum Beispiel hier dann nicht direkt angezeigt, aber wir gehen einfach nochmal in unseren User Ordner rein und klicken dann hier auf Use und da finden wir dann unsere Anzeigen. Wir brauchen diesen Script Faces Player Search, den habt ihr genau in diesem Ordner eben abgespeichert und genau den müsst ihr dann einmal laden. Als nächstes klicken wir auf den ersten Spieler der Liste, drücken dann STRG A, um alle Spieler zu markieren. Das kann jetzt auf jeden Fall eine Weile dauern, weil das einige Spieler sind, die er markieren muss. Sobald er das Ganze markiert hat, drücken wir auf STRG P und speichern das Ganze als Textdatei ab. Hier seht ihr das Ganze nochmal, wir klicken also auf Textdatei, dann auf OK und können das irgendwo auf dem PC abspeichern. Ich mache es am liebsten auf dem Desktop, weil wir es dann einfach später viel schneller wiederfinden. Zur Sicherheit öffnet ihr die Datei auch nochmal mit Word oder mit dem Editor und guckt einfach nochmal, ob hier wirklich alle Spieler drin sind, die ihr auch kopieren wolltet, denn manchmal kann es sein, dass euer PC noch nicht so schnell war und nicht alle Spieler sozusagen kopiert hat und hier dann nur ein Teil der Spieler abgespeichert sind, dann würden auch nicht alle Spieler Spielerbilder bekommen. Ihr könnt das machen, indem ihr auf die letzte Seite geht und einfach guckt, ob das wirklich der Spieler ist, der auch bei euch im Football Manager der letzte Spieler ist. Ansonsten merkt ihr es auch manchmal ganz schnell, ob das da wirklich hinkommen kann oder ob das viel zu wenig Spieler sind. Haben wir das alles gemacht, dann können wir endlich mit dem NewJail Manager arbeiten. Als allererstes müssen wir dort ein Profil kreieren und den benennen wir so, dass wir den einem Safe zuordnen können. Also für jeden Safe solltet ihr ein neues Profil erstellen und den benennt ihr dann zum Beispiel jetzt hier, in dem Fall Schalke 04, das habe ich ja schon gemacht. Wir klicken dann als nächstes, wenn wir es hier oben eingegeben haben, auf Create und dann können wir hier einmal das Ganze auch wiederfinden und öffnen, damit wir genau für diesen Safe dann die Spielerbilder bearbeiten. Unter unserem Profilnamen finden wir jetzt noch zwei Zeilen, in denen wir einmal in der ersten Zeile unsere Spielerbilder, die wir abgespeichert haben, einfügen müssen. Also den Ordner, den Dateifad, den müssen wir hier einfügen, indem wir auf die drei Punkte klicken, können wir den einmal raussuchen und das Gleiche machen wir dann eine Zeile darunter mit unseren Spielern, die wir im Football Manager gerade rausgesucht haben, also die Textdatei, die wir abgespeichert haben, die fügen wir dann hier ein. Zum Abschluss haben wir drei Möglichkeiten, zwischen denen wir wählen können. Als erstes gehen wir auf Generate. Das ist das, was wir machen, wenn wir das allererste Mal den NewJail Manager nutzen, denn dann bekommt jeder Spieler, den wir in unserer Textdatei abgespeichert haben, ein Spielerbild zugeordnet und wenn wir jetzt irgendwann die Spielerbilder aktualisieren möchten, und das machen wir eigentlich jedes Jahr, sobald die NewJens kamen, denn die sollen ja auch nochmal neu generierte Spielerbilder bekommen, dann klicken wir auf Preserve und dann bekommen nämlich nur die neuen Spielerbilder zugeordnet. Wenn wir da nochmal auf Generate klicken würden, dann würden die alten Spieler nochmal neue Spieler zugeordnet bekommen. Das würde heißen, dass euer Talent im nächsten Jahr ein komplett anderes Spielerbild hätte. Wichtig ist natürlich, dass ihr im zweiten Jahr dann auch nochmal die Textdatei erstellen müsst, also nochmal die ganzen Spieler in eurem Save kopieren müsst, in eine Datei reinpacken müsst und die Datei dann auch hier oben nochmal einfügt. Jetzt können wir also unsere Spielerbilder schon erstellen. Ihr habt noch die Möglichkeit hier zu wählen, ob ihr Duplikate erlaubt, denn irgendwann kommt ihr an den Punkt, dass die Spielerbilder alle aufgebraucht sind. Wenn ihr Duplikate nicht erlaubt, dann bekommt die wieder die klassischen Spielerbilder. Wenn ihr Duplikate erlaubt, dann kann es sein, dass eine Spielerbild einfach doppelt im Football Manager dann drin ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber so geringe, dass ihr diese Duplikate beide findet, dass euch das eigentlich egal sein kann und deshalb empfehle ich euch eigentlich, die Duplikate zu erlauben. Als nächstes klicken wir hier einmal drauf und schauen, wie wird das Ganze für uns erstellt. Wir gehen also jetzt in den Football Manager rein, klicken einmal auf FM, dann auf Einstellungen, gehen dann auf Interface, denn dort findet ihr hier unten bei Skin den Haken, den ihr setzen müsst, damit ihr hier unten den Skin neu laden könnt. Vorher gehen wir einmal auf Cage Leeren, bestätigen das Ganze, bevor wir dann den Skin neu laden und danach sollten die Spielerbilder alle drin sein. Und so sieht er jetzt aus. Unser Innenverteidigertalent hat ein echt aussehendes Spielerbild. Ich bin absolut begeistert von den Bildern und finde, dass das Ganze dem Football Manager auf jeden Fall ein riesen Upgrade gibt, wenn eure eigenen Talente Spielerbilder haben, die aussehen wie echte Spieler, die es aber in der Realität nicht gibt. Das sind alles per Computer generierte Bilder, die aber einfach unfassbar realistisch aussehen. Das war es dann schon wieder von dem Video hier. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal die Seite von FM2 Akkette. Ich bin sehr dankbar wirklich für die Arbeit da und kann euch generell auch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, denn da bekommt ihr noch jede Menge Tipps, die ihr auf jeden Fall gebrauchen könnt. Also auf jeden Fall da eine ganz klare Empfehlung von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.